Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Zombies. Ich bin ein bisschen verspätet, alles ist schon hier am abgehen. Alle sind Zombies am töten. Und ich, was mache ich? Ich starte hier die Folge zu dumm. Und ich würde mal sagen, ich mache jetzt auch los und es sind schon Zombies. Dumme Zombies, ey. Oh, ich habe einen Kopf. Ein Kopf. Ja, warte, ich weiß nicht. Irgendwie alleine. Naja, nein, doch nicht. Ich habe nichts gesagt, Leute. Ich habe nichts gesagt, okay? Oh nein, ich habe auch gesagt. Tschüss. Oh Gott. Gut. Etwa geklärt. Das hätten wir geklärt. Das hätten wir jetzt geklärt. Was? Leute. Ich verstehe mein Leben nicht. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh. Ich sterbe, Leute. Ihr loben Zombies, ey. Oh, ich habe vier Köpfe, okay. Schnell bringen. Villager, ich habe Köpfe für euch. Alter, ist das Ding, wie manchmal so dumm, ey? Okay, nein, ist das nicht. Nein. Okay. Oh. Ich lege auch hier. Hier. Ich heulen sie. Ich habe sie. Ich habe sie. Jetzt habe ich mich selber auch noch geholfen. Also. Du, doch mal. Zombie. Danke. Das war für uns. Das war. Das war. Das ist sehr wertvoll. Für uns. Und das ist nicht so wertvoll, dass sie mich schlagen. Mrs. Zombie. Okay. Gut. Yay, neu. Du kleiner Zombie, stirb. Stirb. Oh, danke. Alter, wenn man... Danke dafür. Wenn man hier so Dings ist, ähm... Wenn man hier ein Spieler ist, also normal ist, dann ist es ein bisschen schwierig. Gott, sie kommt hier immer das... Oh, nein. Das ist nicht so spannend. Oh, nein. Oh, nein. Dummer Zombie. Boah. Is sie. Oh, nein. Die Zombies, die brechen ein. Schnell, Leute. Wir wissen... Oh. Nach 12. Klappen. Du kleiner. Mist. Oh. Oh. Stirb doch. Nein. Ein... Willischer wird getötet. Wir müssen den... Willischer heilen. Oh. Wurde jemand infiziert. Ein Willischer wurde infiziert. Noch ein Willischer wurde infiziert. Oh. Oh. Ach. Es stirbt. Ah. Also... Leute, es ist irgendwie voll komisch. Oh. Scheiße. Würde ich keine Antworten... Ich rede einfach die ganze Zeit nicht. Ah, wir haben gewonnen. Leute, wir haben gewonnen. Wir sind besser als die Topen Zombies da. wir haben gewonnen mit unseren wildschirm wie viel war noch 10 vor 10 ja alles so schlecht deswegen sind jetzt niemand mehr infiziert deswegen in der achten neunrunde leute ich leise auf dem zombie oder hat mich gefangen nein ich werde infiziert wäre ja ich werde infiziert werden hilfe leute ich bin wieder weg vom zombie okay ich verstecke mich da will ich nicht links wenn ich kann schon mit dem zombie werden oder war meistens zum besuchen zum besuchen gerne ein welcher suchen falls man zum bist weil wenn man neben dem bildschirm ist man dann so ein so ein bisschen kann ihn zerstört ich schlage einfach mal hallo ich will ja egal so okay ich bin nicht und ist da Leute zombies oh der wildschirm wurde nein 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 du kleiner peter nein du kleiner peter boah nein so kleiner peter so kleine peter wo sind die zombies boah Leute wo sind die zombies äh die wildschirm ne ich hab zwei köpfe sind die wildschirm es gibt einfach sechs von zehn wildschirm ich finde keinen aber hier ist einer so zwei oh ein wildschirm wurde wieder infiziert oh was ist das das ist ein toter silberfisch ah ist es ein pfeil ich weiß von wo sie kommen von den zombie wildschirm sterb die dumm zombie wildschirm sterb die dumm zombie wildschirm alles klar die können sich aber auch nichts besseres ausdenken warte was leute ich werde mich ich werde mich ich werde mich ich werde mich jetzt zum zombie verwandeln in leiter in die in 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 welchen Oh, hier unten. Hebel? Warte mal, Leute, was ist mit dem Hebel? Warte mal. Oh. Oh. Alter. Und sind da oben Zombies? Ich weiß es nicht. Lalalalalala. Zombies. Aha. Oh, der kommt auch zu dem Zombie. Wow. Aua. Wo sind die Zombies? Wir brauchen Köpfe. Will hier niemand Köpfe jagen? Ach, da ist ein Zombie hier oben. Schnell, hier. Äh. Wie ich einfach ins Mikrofon atme. Äh. Oh, Schade. Hm, sind die Zombies? Alter, ich... Alter, ich kann... Ich finde, ich finde das nicht so gut, wenn ich nichts kommentieren kann. Oh. Da rennt ein Zombie. Hallo, du klein... Kleiner, dummer Sack. Boah, Schade. Wir haben nur noch einen Wildschau. Wo ist der Wildschau? Ich weiß es nicht. Da ist ein Zombie. Der kommt durch. Okay, nee. Oh, es werden immer mehr infiziert. Das ist nicht so gut, aber... Äh, Tommy. Ähm, sorry, ich nehme gerade auf, Jonas. Was kann ich mit dem Himmel machen? Weiß nicht. Ach, Jonas, was ist die MTS? Fragezeichen. Oh, das singt was. Ja. Obwohl, nicht hat man das nicht in der Aufnahme gesehen. Nein, warte mal. Schwert nehmen. Pah, easy. Hallo, Zombie. Wo seid ihr? Wo seid ihr, Zombies? Ich will eure Köpfe haben. Ja. Oh, nee. Oh, nee, zu dritt. Da habe ich gar keine Chance. Oh, nee. Oh, mein Gott. Toll, bin ich dumm. Okay, ich stehe du da. Du da. In da. Oh. Nö. Oh, ich bin du dich. Warte mal, nein. Ah, ich bin du dich. Yeah, hallo, ich bin du dich. Pui. Warte mal. Oh, ganz viele Pfeil verschießen. Feuer. Zu weiter des Tages. Warte mal, wieso kann man die... Warte mal, ich schreibe jetzt erstmal Jonas. Nehme Grab auf. Rad. Auf. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. So, Jonas, ich hab dich geschrieben. Ich nehme dich gerade auf. Du bist jetzt im Video. Hey. Ich bin im Video. Du bist im Video. Du bist im Video. Du bist im Video. Du bist im Video. Okay, Leute. Bis zur nächsten Runde. Okay. Ähm. Abonniert los. Ja, sieht man. Sieht man eh nicht. Sieht man eh nicht. Sieht man eh. Nicht. Aha. Aber ich hab's. Ja, aber. Ich hab's. Gesagt. Punkt, Punkt, Punkt. Ach man, dieser dumme Jonas. Der will immer. Äh. Jonas. Jonas. Hier. Ein Wort auch nicht. Ich hasse dich. Das kommt. Das Video kommt heute um 18 Uhr. Wenn ich dir jetzt schreiben. Video kommt. Video. Kommt. Um 18 Uhr. Okay. Ich hab. Ich hab das Video viel zu. Ich hab das Mikrofon viel zu nahe an meinem. Video. Ich hab das Video. Ich hab das Mikrofon viel zu nahe an meinem Mund. Aber ist mir egal. Soll sie mich halt atmen. Ist auch egal. Okay, nein. Oh, scheiße. Bin ich ein Zombie? Nee. Tschüss. So. Okay, ich bin kein Zombie. Aber ich wurde vor einem Blitz getroffen. Geil, oder? Geil, Leute, oder? Geil. 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 Warte, bin ich noch. Du da. Im. Oh, scheiße. Ich bin nicht schon. Oh, wieder einfach. Oh, nein. Oh. Aua. Herzen, die im Villager geben. Hier hab Pech gehabt, wenn ich keine Herzen hab. Kann ich sie nicht geben. Hä? Also, Leute. Wisst ihr mal, welches Lied, wie ich gehört hab? Wir gehört haben, wo wir von den Frühlingsferien nach Hause gegangen sind. Also, von Kroatien nach Hause. Haben wir so ein dummes Lied gehört. Das heißt so. Du da. Im Radio. Ich kann den Text nicht, aber es ist so dumm, ey. Und der Mond. Ich schieß dich ab. Hallo. Ich bin so klar. Puh, lol. Der Pfeil vom Mond ist wieder zurückgekehrt. Aber wo sind die dummen Villager hier? Und der Pfeil vom Mond ist wieder zurückgekehrt. Jonas schreibt, komm mal, lass bald klaut die S. Klaut die S. Alles klar. Auch wenn ich genau da aufnehmen. Lol. Jonas ist einfach so einer, der mischt sich gerne in Aufnahme ein. Ne? Jetzt werde ich auf den S. Ja, es würde gehen. Ich würde sagen, abonniert Julosai, abonniert Julosai, oder abonniert Wolfi, abonniert Wolfi. Ne. Oh. Pin, warte mal. Das ist in der Jura schreibt, ob ich auf Pin. Ähm. Oh. Und es werden gerade da ja viele Villerscheins veriziert. Nicht so schlau. Aua. Oh, du kleiner Sack da. Dann können wir da nicht bei ihnen und wieder nicht sagen. Vielen Dank für die Blumen. Aua, das hat weg. Zombie, komm her, mein kleiner Zambelchen. Oh, schon tot. Gleich gehabt. Ähm. Hallo, du kleiner Zombie da. Ah, hallo, Zombie. Äh, Zombie will ich töten. Zombie, Zombie, hallo. Hallo, warte. Oh, wann warst du schon tot? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt mal hier vor. Ah, hallo. Du kleiner Zombie. Willst du? Was willst du? Was willst du, du kleiner Zombie da? Boah, es werden gerade nicht sehr viele infiziert. Oh, hallo, Zombie. Geht, ne, geht nicht, weil ich gerade in der Aufnahme bin. Jonas. Ja, auf mich zu schreiben. Ich hasse dich dafür. Jetzt geht es wieder. Ah, steht du kleiner Zombie da? Lol, ja, gerade wie mag ich ausgesehen, aber... Wo ist denn, warte mal, das heißt doch ein Militär, oder? Ha, geil. Warte mal. Warte mal, kann ich hier drauf treten? Ja. Gut. Und, ja, hier. Das ist ein Militär. Warte mal. Wir brauchen nur noch einen Kopf und ich hab den Kopf gesehen. Ja, Mann, Gott. Oh, du kleiner Zombie. Ah, wir haben gewonnen. Ja, du kleiner Zombie. Ja, ja. Oh, hallo. Du bist ein Überlebender. Hallo. 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 Hallo, ich liebe dich. Hahaha. Ja. Okay. Lade. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Ähm. Ja, ich mach nämlich noch eine Runde, weil ich bin halt cool. Ne, ich bin nicht cool, ich bin dumm. Aber, ja. Ja, egal. Bis dann. Zur nächsten Runde. So, Leute, ich bin wieder da, yeah. Und ich hoffe, ich werde nicht Zombie wieder mal. Naja, irgendwie ist es ein bisschen langweilig nicht Zombie sein. Aber ist auch egal. Ich mach jetzt erstmal... Ne, ich geh jetzt erstmal zu den Villager und falls ich... So, wir werden dann was mit den Villager. Oh, was ist mit den Villager? Das ist ja toll. Und? Ich bin... Tschüss, Villager. Oh, ich bin tot. Aber ich habe ihn ein bisschen schaden gemacht. Ja, gut. Ich bin Zombie. Juhuui. So. Jetzt geh ich noch zu dem Villager. Talkpower revoked. Rück hier. Aua. Dich nehme zu Ende auf. Puck, puck, puck. So. Jonas, der ist so dumm manchmal, ne? Wisst ihr das? Der schreibt... Das ist ein Flau. Ich weiß. Ich nehme trotzdem zu Ende. Ich hasse Jonas, ne? Leute, ich hasse Jonas. Ich habe mich schon gemärbt. Besitzer gegeben. Ich bin nicht Besitzer. Als ob ich habe Besitzer. Alter, Leute, ich verstehe das nicht. Was macht die da? Ich verstehe die hier. Ich bin Stress. Ich bin Stress. Ich stirb. Okay, tot. Ha, ha, ha. Okay. Wir werden jetzt alle inziert. Oh, Sammy. Oh, ich bin Sammy. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Boah. Ich bin einfach so nett. Ich habe eine violette Aura. Ha! Alter, du kleiner Jonas, ey. Ich habe dem geschrieben, was ich aufnehme. Ich glaube, Jonas ist einfach nicht mehr ganz. Ich bin mir hier. Ah. Das funktioniert so richtig. Oh, per den anderen inz Trade. Ugh. Mit der guten Runde ist. Oh, das ist ein ganzweg. Oh, super. healthy. Ist auch nicht mehrinsch 400 perché. Cool. Aber И Sie dieses ganze... Also von vielen Hinter eles? �, scheiße. Er ist blind. Tuck power granted ich habe gewonnen ich muss euch sagen etwas Schlimmes ist passiert das war es von dieser Folge aber ich schaue es kommt morgen wieder ein Video warum kam heute zwei Videos das war es von dieser Folge bis zum nächsten Mal und tschau Leute